So, oh ja, das ist ein neuer Auftrag. Ja, Freunde, schön, dass Sie alle erschienen sind heute zum Arbeitstag. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was mitgebracht. Wir haben einiges zu erledigen. Wir müssen jetzt hier auf ein paar Möhnen landen. Wir haben noch ein bisschen Schrott zu sammeln. Es wird ein langer Tag heute. Seid ihr dafür offen? Seid ihr bereit und gesund? Woo, yes! Jawohl! Einmal, okay, gut, die sind alle bereit. Also wir müssen auf jeden Fall eine bestimmte Sache sammeln und das ist Schrott. Ich weiß nicht warum, aber unser Chef will unbedingt Schrott haben. Kriegt er das hin? Jawohl! Das ist ein bisschen Sperrmüll. Ja, okay, perfekt. Dann machen wir das doch. Okay, cool. Home, sweet home. Eben, wer was kürzt du hier? Frische Luft. Oh mein Gott! So, dann wünsche ich euch ein schönes Überleben, ja? Ja, wir auch. Jeder nimmt sich einen Partner an die Hand und dann wird später durchgezählt, ja? Bevor ihr reingeht, checke ich einmal ganz kurz die Lage, ja? Mhm. Ja, keine Minen. Okay, es sieht so aus. Da drin ist jetzt keine Mine zu sehen, aber ich weiß, irgendwo werden welche sein. Ich habe jetzt ganz viele Menschen schon verloren, indem sie auf Minen getreten sind und das möchte ich euch heute nicht antun. Deshalb bitte passt auf euch auf. Wenn ich eine Explosion höre, brechen wir ab, ja? Alles klar. Alles klar, ja. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Ist das bescheuert, ey. So. Ich hoffe, niemand stirbt. Das ist dämlich. Oh, sehr schön. Was ist das? Immer weg. Was ist das? Wie hier alle rauskommen und immer neue Sachen abwägen, ey. Na, wie sieht es aus hier? Ich glaube, es ist alles leer. Ist alles leer? Sieht so aus. Wo ist denn der Rest? Äh, hier. Dann scheint, es ist irgendjemand auf einen Monster gestoßen. Sehr schön. So, spring mal rüber. Ich glaube, da unten ist was. Da rennt nur so ein Dude lang, alter, mit einer Leiche in der Hand. Was passiert? Äh, da war so ein komisches Drecks, wie man hat das angegriffen. Geh mal her. Geh mal her an den Kollegen. Was denn los, hm? Na, komm mal her. Mal abreden? Pass auf. Äh, geht mal alle weg, außer Eichst. Außer Eichst. Alle, 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 alle kurz mal raus hier. Okay. Eichst, pass auf. Hör mir zu. Du bist jetzt die Leiche los, ja? Ganz unauffällig. Ja. Wirf sie einfach mal weg. Einfach weg. Die wissen, dass wir die Glauben haben? Sehr schön. Hat man noch was gesehen? Sehr schön, Eichs. Nein, alles gut. Bei Weichst sind nicht verletzt. Die Leiche existiert nicht. Und wehe, du meldest das irgendjemandem. Hast mich verstanden. Alles klar. Gut. Wir waren schon immer einer weniger. Ja, komm, dann. Das ist, das ist, oh mein Gott. Das ist wirklich ne, ne kleine Ausbeute. Ja, komm, dann hau mal rein. Stellt euch mal vor, jemand von uns wäre gestorben. Das wäre ja traurig gewesen. So. Nito, was ist denn passiert? Nito, Nito, was ist denn los? Ich hab was schlafen. Ich bin erst am zweiten Tag jetzt hier. Och, Nito. Was sollen denn deine Mom von dir denken? Das ist doch peinlich. Ja, ich weiß. Es ist mir doch leid. Stell dir mal vor, die Nachbarn gucken. Ja, richtig. Du sagst es. Was sollen die Nachbarn denken? Bleib einfach hier. Nee, du steckst jetzt deine Zunge hier in das Recharge-System. So, wollen wir? So. So, es läuft wie sonst auch immer. Ich check erst mal die Lage und dann komme ich gleich wieder raus, ja? Oh. Also, da hat jemand den Strom ausgestellt. Nito, einmal vortreten bitte. Was soll die Scheiße? Ich war es nicht. Du hast doch den Strom ausgemacht gestern Abend noch. Nee, hab ich gesehen. Du warst die letzte Person, die hier in den Räumlichkeiten war. Nein. Ich glaube, es war, äh, be rough oder was? Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, wie das geht. Pass auf, ist mir jetzt scheiße geil. Geht einfach rein. Wir sammeln jetzt Schrott. Das ist so bescheuert, Alter. Boah, Alter. Oh, ich sehe gar nichts. Habt ihr was gefunden? Oh, salty, salty. Mein Bruder, mach schon wein. Ihr habt ja, 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 ihr habt ja. Fehlt irgendwer? Ja, wer springt als Ersten, ne? Komm mal weg. Ist die Hände oder was? Oh, Mann. Ich sehe, ich sehe gar nichts. Gibt es da hinten noch weiter, ja? Wer war das? Nito? War das Nito? Nein. Scheiße. Wer hier springt? Okay, Bosna, komm. Gib mir den Schlüssel und versuchst du auch nochmal. Ja, sehr schön. So, jetzt du. Ich sehe auch nichts. Ja, ich auch nicht. Deshalb soll jeder. Okay, Moment. Ja. So, jetzt du, Alex. Ja, gar kein Problem. Was da? Scheiße. Ja, ich gehe in den normalen Ausgang, ja? Ich will mich da anschließen. Oh, ihr seid ja, Nito. Spring du mal rüber. Nee, oh nee. Nur los. Ja, sehr schön. So, und jetzt du. Oh, nee. Okay. Es war schon mit ihm zur Arbeit. Hey, das hat doch geklappt. Ja, nice. Nee, ich habe Angst. Warte mal. Komm jetzt. Hier hin. Steht ungefähr an dem Ding. Oh, wir haben es springen. Gute Arbeit. Scheiße. So, pass mal auf. Nito, wo bist du? Nito, komm mal her. Was sollte das? Oh, ich habe gar nichts gemacht. So, du trägst jetzt für den Rest des Tages die radioaktive Lampe. So. Das lief jetzt schon mal okay. Es war jetzt halt ein bisschen dunkel, leider. Oh, shit. So. Ich glaube, wir haben einen verloren. Wir haben uns ordentlich im Minus gebracht. Wieso haben wir verloren? Ich bin mein Bestes. Ich war einfach runtergesprungen. Oh, nein. Ist jemand gestorben? Oh, nein. Oh, oh, oh. Der ist ein Lutfleck. Der ist direkt unterm Schiff. Ach, ja. Das macht doch nichts. So. Oh, nö, das sind Bienen. Dann gehst du vor, komm. Nee, Nito. Nito, geh mal mit dem radioaktiven Ding zu den Bienen da vorne. Bleib mal zurück. Der geht da jetzt hin. Nee, nee, bleib da. Bleib da, Nito. Alles ist okay. Bleib da. Nito, bleib da. Nito, Nito, was ist denn los? Geh nochmal hin, Nito. Da hinten. Wie er wegrennt. Süße. Hat doch geklappt. Nehmen wir jetzt die andere Brücke? Ja, definitiv. Ich bin nicht sicher, ob wir alle gleichzeitig drüber sollen. Wir sprinten. Hier, die... Oh, warte. Hilfe, Hilfe. Schätzchen, mach kein Mist. Hilfe. Nito. Gib mir die Hand, Nito. Nito. Nito, gib mir die Hand. So, ich geh kurz vor und schau, was geht. So. Aha. Hier ist ein Schlüssel. Mhm. Noch ein Schlüssel. Okay. Das sieht doch gut aus. Also, das Licht ist diesmal an, Nito. Ja? Ja, ja. Alles gut. Warte mal, waren wir... War der nicht sieben? Ja, aber der eine ist doch abgestürzt. Ach, du meine Güte. So, hier sind zwei Schlüssel. Viel Spaß damit. Nito? Ja? Ja, bitte? Komm mal her. Geh mal hier vorne in den Raum erkunden. Geh drauf. Nee, der ist doch dunkel hier. Aber ich hab nichts. Ich hab nichts verpasst. Hä, wo ist denn das Vieh hin? Hier war doch eben so ein richtig dickes Vieh-Chap. Oh, 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 oh. Ach, du Scheiße. Rückzug. Willkommen ich hier weg? Alles gut? Okay. Nito, was ist denn los? Erzähl mal. Oh mein Gott. Nito, geh mal da vorne hin. Los, Nito. Los. Nein. Du hast die einzige Waffe von uns. Radioaktivität. Achtung, das sind zwei. Die sind nicht klein. Sieht doch alles gut aus hier. Oh mein Gott. Nito, Nito, bitte geh vor. Oh, okay. Ja, wir gehen einfach unten in den Fire-Exit. So, wir brauchen nämlich Geld. Vor allem brauchen wir Geld. Oh. So. Bosna, viel Spaß. Okay. Fire-Exit hat ich vorhin schon mal gesehen. Und, wie ist es da drüben? Sieht alles gut aus. Seht alles gut aus. Sehr schön. Freut mich, freut mich. Dann lass uns gehen. Ah, wir gehen jetzt einfach nach Hause. Und dann verlieren wir halt. Ist doch scheißegal. Da haben wir immerhin schon mal die erste Runde geschafft. So. Hier kriegt ein Toter. Ja, das ist ja vom Anfang. Ich mach noch mal ein Vergessen. Nö. Fantastisch. Haben wir? Ich mach eh nochmal eine neue Lobby auf jetzt gleich. Guck mal, eine Person ist rausgegangen irgendwie. So. Dann versuchen wir gleich nochmal eine neue Lobby aufzumachen. Aber es hat doch geklappt. Ich glaub, wir haben eigentlich... Ich glaub, wir haben aber genug, oder? Theoretisch. Ach, da ist ja Nito wieder, hä? Mit dem Kopf in der Stange. Hallo. Oh mein Gott. Jetzt sind es ja viel mehr, oder? Ah. Oh mein Gott. Scheiße. So, Freunde. Hör auf zu tanzen da hinten. Ich sag es dir nur noch einmal. Der Job ist noch nicht ganz... Kasper, bitte hören Sie auf, ja? Der Job ist noch nicht ganz fertig. Wir haben ja gerade ein bisschen... Also erstmal Nito, komm mal zu mir. Okay. Ja, beschreiben Sie doch mal, was eben passiert ist. Was war denn der Fehler von Ihnen eben? Ich war ein bisschen vorheilig und hab den Strom ausgeschaltet. Richtig. Und das möchte ich von Ihnen nicht sehen. Also ich möchte jetzt eine... Ich möchte jetzt hier eine klare Struktur haben, in dem wir heute den Job ausführen. Wir brauchen noch Schrott. Klar, wir haben eben genug gefunden, um in die zweite Runde zu kommen. Aber vor allem möchte ich, dass Sie ein bisschen auf meinen Nito aufpassen, ja? Der ist ein bisschen leicht... Wie nennt man das? Leicht reizbar und auch leicht... Also nah am Wasser gebaut. Und wenn der Nito von einem von Ihnen heute irgendwie... Wer lacht hier? Nicht klappe erbein. Ach so. Nein, nein, das ist pure Freude. Ja, das sehe ich halt leider durch den Helm nicht. Aber wenn einer mal ein bisschen so ein Auge auf den Nito haben könnte, wäre das wirklich toll. Nito, wir glauben an dich. Super, Nito. Danke mal. Dann jetzt einmal schön verkaufen, bitte. Ist das bescheuert, Junge? Bet. Nito. War das... Das war jetzt aber nicht Nito, oder? Wir haben Verluste... Oh, Gott sei Dank. Ja, hier wurde jetzt jemand gefressen. Das ist nicht schön. So, zack. Das lief doch. Okay. So, wir gehen jetzt weiter. Lernhefter verkaufen. Wir gehen jetzt auf den nächsten Mond, Leute. Es sind so viele. Alles gut. Nicht zufrieden. Alles gut, Leute. Lasst euch nicht die Luft sprengen, ja? Weißt du nicht, Taschenlampen bestellt oder so? Die müssen jetzt eigentlich kommen. Ah. Okay. Geil. Wo ist Nito? Nito, bitte mach jetzt einfach keine Scheiße, ja? Okay, ich gehe erst mal vor und gucke mal, was geht, ja? Mhm. So, Nito, die ist für dein Po. So, lass uns reingehen. Lass uns reingehen, gerne. Äh. So, dann sucht, dann sucht mal, Kinder. Sucht. Hier, spring mal rüber. Das war jetzt ein bisschen einfach, ne? Schau mir, wie viele Leute hier einfach sind. Es sind so viele. Es ist so bescheuert. Oh, ein Geschenk. Gib mir das Geschenk. Oh, ein Bier. Okay, den Kasten Bier kann ich ja erst mal Richtung Tür bringen, oder? Ihr macht das richtig klasse, Leute. Der hat sich, ich habe ein Bier. Sind das Gewürzgurken? Äh, ja. Fast nicht. Danke. Ach, ist das... Ei. Oh, oh. Ei. Oh, oh. Ei. Oh, Gott. Ich habe eine Schaufel, ich kann die töten. Ach, hey, je, meine. Ich bin auch ein Bier. Ich bin auch ein Bier, oder was? Einer muss mal vor hier und baiten, damit ich die hauen kann. Die macht ja nicht. Ah, macht doch was. Oh, mein Gott. Scheinbar ja. Die kämpfen mit der Spinne. Eine Aufgabe. Wieso sterben denn gerade alle? Okay. Jetzt sterben ja alle weg. Hier sind sie. Hallo? Achso, Nito sucht gerade die Leute. Sind sie noch da? Habt ihr die Spinne fertig gemacht? Nee, Junge. Aber ich komme immer nach vorne. Ich schaufelig. Die kämpfen alle gegen die scheiß Spinne. Nee, Nito lebt, Leute. Alles ist okay. Nito lebt. Ich schläft jetzt tief und fest. Okay. Hier ist die Lachen. Alter. Oh, Scheit. Das ist ein Block. Oh, nein. Tschüss. Oh. Ist schon wieder jemand gestorben? Aufs Geländer. Kommt ihr jetzt runter? Nein! Ja, auf Wiedersehen. Was ist passiert? Weg hier einfach. Oh, nein, Alter. Aber Nito lebt. Ich glaube, es sind alle draufgegangen. Ach du Scheiße, wie viele einfach gestorben sind. Oh mein Gott. Nito, meinen größten Respekt. Danke, danke. So. Ach, wie schön. So, bitte pass wieder auf Nito auf. Hat letztes Mal gut geklappt. Ich bin euch sehr dankbar. Ja, gern geschehen. Alles hat mich gut gefreut. Wetteralert. Wir sind in einer Eclipse gelandet. Ist der... Ist der dumm? Ist da nicht alles aggressiver? Also, ich weiß jetzt nicht, wer auf die gute Idee kam, in einer Eclipse zu landen. Aber, naja. Okay, ich mach das Übliche. Ich geh vor und check mal die Lage. Okay. Schaut das soweit ganz gut aus. Mhm. Homemade Flashbang. Also, passt auf. Ich hab hier eine Granate in der Hand. Ich könnte es jetzt für uns alle beenden. Nee, aber es ist, glaube ich, eine Flashbang oder so. Also, steht zumindest drauf. Wo ist denn Nito? Komm mal her, Nito. Stell dich mal hier hinten hin. Ihr habt mir im Leben abgeschlossen. Oh, Scheiße. Ah, meine Hand. Ah. Ja, also, drin sieht sicher aus. Wir können rein. Scheiße, Mann. Was ist eine dumme Kacke. Oh, Bracken ist hier. Also, er kann nicht spawnen. Was ist das? Äh, Flowerman oder Bracken. Oder wie auch immer man den nennen. Was macht der? Der einen hinten an einen Rand schleicht und dann schön mit Gnick bricht. Ah. Quasi wie John Wick. Ja, John Wick ist hier. Oh, Gott, hier ist was. Oh, Gott, hier ist was. Hilfe. 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 Oh, mein Gott. Halt durch. Töte es, Sina. Auf den Zaun, auf den Zaun, auf den Zaun. Haus, Haus, ja, sehr schön, sehr schön. Rauf da, rauf da. Mein Gott, bist du hässlich. Näher ran. Sehr schön. Das gibt, Nito, das gibt eine Beförderung. Juhu. Wie es einfach den Raum aufgeknackt hat und die angefallen hat, ey. Alter, aber ich bin schon wieder low HP. Oh, geil, eine Flask. Schön. Ja, das lief doch bisher ganz gut. Super tiefenentspannt. Wollen wir aus dem Fire-Exit raus? Ist da unten einer? Nee, so hoch in mir. Wo ist denn der Fire-Exit? Oh, hier ist doch einer. Oh, da ist einer noch vorbeigeschicken. Ist einer losgeraten, um die Tür zu öffnen. Echt? Sie suchen. Ah. Was gibt's denn hier? Ah, schön. Ein Stuhl. Ich glaube, das wird nirgendwo. Ein Geschenk für Sie. Oh, danke schön. Oh, Nito. Ich hab hier was für dich. Ah, okay. Ah, ja. Endlich wieder da. Da unten sitzt so ein Krabbel-Pief, was ich auf dem Kopf setze. Oh, scheiße. Ja, okay. Jetzt müssen wir raus. Jetzt müssen wir raus. Hier lang. Hier lang. Hier ist der Fire-Exit. Hier lang. Hier hat sie keinen. Ich hab sie keinen. Da unten warst du ein komischer Käfer. Nein, nein, nein. Zack, raus. Super. Guck mal, wie schön. Schätze, ich hab mir wieder einen Anal-Plug geschenkt. Ja. Ich bin nett. Das ist aber lieb von ihm. Ist überhaupt schon jemand gestorben oder so? Herr Sweatpants, was ist denn los? Alles gut? Ich glaube, der hat sich in die Hose gemacht. Nito, hauen Sie diesen Mann. Oh, nein. Der ist nur müde. Der ist nur müde. Upsi. Ich war's nicht. Ich nehme einen armen Mann, der will jemanden nehmen. Ich möchte die Beweise. Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich nehme ihn mit. Ist nie passiert. Achtung, mal rotterspringen. Ich schläft nur. Oh mein Gott, der Sandwurm. Nein. Oh no. Ja, das lief doch wunderbar. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay, wir müssen los. Er hat einfach gerade irgendjemanden gefressen. Ja, wir müssen lieber los. Ja, gut ein paar Leute haben überlebt. Ein paar. So, ich habe jetzt eine Challenge. Wir machen jetzt einen Speedrun. Sag mal ernsthaft, wer bringt unseren Hund mit dir? Oh, danke schön. Wir machen jetzt noch einen Speedrun. Ah, der ist ja auch schon. Das ist der Schlippio, Scheiße. Sind schon wieder welche gestorben? Nein, 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 nein. Nein, nein, es leuchte. Gott sei Dank. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst Nito und Nito bitte nicht aus den Augen. Gucken wir mal rein, was geht. Außer ihr. Ich gehe erst mal rein. Ist ja perfekt für Nito. So, pass mal auf. Wo ist Nito? Hier. Dankeschön. Okay, kann losgehen. Dieses Video endet, wenn ich auf eine Tretmine treten sollte. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ist hier hinten schon wieder Ende? Ja, da ist vorbei. Na, wie läuft es hier hinten? Hier ist gut. Hier ist großer Raum. Vorne ist noch ein Glibber. Nito, schlürf den Glibber auf. Ich habe nichts im Aufschnitzen. Schlürfen. Schürf aufschlürfen. Also, ich weiß nicht, warum, aber Nito erinnert mich so krass an meinen Cutter Tim. Von der Art und Weise. Ich weiß es nicht. Der spricht wie Tim. Der lacht wie Tim. Eins zu eins mein Cutter. Nito, jetzt schlürf. Der ist leider... Er wurde geschlürft. Ist er tot? Ja. Rauscht. Nee, oder? K.O. auf jeden Fall, ja. Scheiße. Jemand hat einfach Tim geklont. Na, wie ist die Lage hier hinten? Ach, du Scheiße. Ähm. Was passiert? Slime. Passen Sie mal auf. Oh. Was haben Sie denn da vor? Scheiße. Sekunde. Fuck. Bitte geben Sie mir noch eine Sekunde. Mhm. Fuck. Sekunde. Eine Sekunde noch. Sekunde. Oh, tschüss. Tschüss, Nito. Ich kannte keinen Nito. Sie kannten keinen Nito. Haben Sie mich verstanden? Roger, Roger. Perfekt. Nito ist tot. Nito hat zerrissen. Na, wie ist die Lage? Scheiße. Mann. Wieso? Ach, wer... Ich muss euch immer den Rücken frei halten. Gib mir die Scheißleiche. Hä? Oh. Oh. Oh, ja. Wir waren nur zu fünft. Okay? So, ich bringe die zwei Sachen jetzt zurück. So, wir gehen jetzt zurück. Scheiß auf. Wir bringen die Sachen jetzt weg. Verdienen uns eine goldene Nase. Scheiß auf, schweige die Minute für Nito. Der kann mich mal. Der kann mich mal einschalten. So, zack. Boom. Boom. Wissen Sie was? Ich glaube, wir sind komplett... Wenn ich so durchzähle, ich glaube, es passt. So, ich starte einfach mal. Oh mein Gott, der ist gerade angekommen. Mach mal bitte auf. Ach so, upsie. Wir wussten natürlich, dass du da bist. Wir wussten, dass du es noch schaffst. Ja, na ja. Guck mal, ist doch gut. Einfach auch richtig gut gemacht. So, jeder nimmt sich, was er kann. Nito, springen. Ja, ich warte lieber. Jeder drückt nochmal. Jeder drückt nochmal. Immer noch mal, eben drückt. Wrestle in peace. Natürlich, ich. Ich stand direkt daneben. Aui. Aber wir haben echt viel. Jetzt kann die aufhören. Oh Gott. Oh, da bin ich wieder. In der Versenkung. Meine Damen und Herren, stellt euch gerne nochmal auf. Das war wunderbar. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt mir heute gute Dienste erwiesen. Vielleicht sehen wir uns nochmal in der Konstellation wieder. Wascht eure Anzüge. Wascht euch. Passt auf Nito auf. Nito, stell ich nochmal zu mir. Die letzten Worte würde ich Nito überlassen. Leute, danke für eure aufbauenden Worte und die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Ich liebe euch alle und wir sehen uns zur nächsten Schicht. So, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss!